Angela Merkel, pikante Fotos aufgetaucht. Wann zieht sie endgültig den Schlussstrich? Die Stimmung zwischen Angela Merkel und ihrem Ehemann scheint angespannt zu sein. Ob das an einer anderen Frau liegen könnte? Es gab einmal eine Zeit, in der hatte Joachim Sauer nur Augen für seine Ehefrau Angela. Doch diese Phase ist längst vergangen. Es scheint, als habe unsere Ex-Bundeskanzlerin keine Chance mehr gegen die schöne Italienerin Laura Gagliardi. Nun sind auch noch pikante Fotos aufgetaucht. Unerträglich, wie ihr Mann und seine Laura sie demütigen. Als Angela Merkel und Joachim Sauer vor einigen Monaten die Bayreuther Festspiele besuchten und sich das erste Mal wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigten, konnte jeder sehen, wie schlecht die Stimmung zwischen den beiden ist. Der Chemie-Professor wirkte extrem genervt, verhielt sich seiner Ehefrau gegenüber respektlos, kalt und unmöglich. Vielleicht gab es aber auch einen anderen Grund für seine Angespanntheit. Angela Merkel, Joachim Sauer zeigt sich immer öfter mit Laura Gagliardi. Denn was bisher keiner ahnte, auch seine junge Freundin Laura war Gast bei den Festspielen. Fast schon heimlich schlich sich Merkels Rivalin hinter deren Rücken vorbei. Beim Reingehen guckte sie immer wieder verstohlen zu Sauer. Und 2022 wurden Joachim Sauer und Laura bei den Festspielen sogar zusammengesehen. Hatte er sie schon damals eingeladen? Besonders auffällig. Laura Gagliardi trug in diesem Jahr die rote Robe, die sie schon während eines früheren Events mit Joachim Sauer anhatte. Eine Liebesbotschaft? Aber nicht nur das. Laura ist als Forscherin nun Teil der Nationalakademie Leopoldina, bei der auch der berühmte Wissenschaftler Sauer seit 2017 Mitglied ist. Und Joachim Sauer kommt gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Sie ist ein großer Gewinn. Auch auf gemeinsamen Veranstaltungen in den USA wurden die beiden wiedergesehen. All das ist ein Faustschlag ins Gesicht von Angela Merkel. Nun muss eine Frau wie sie die Konsequenzen ziehen. Vielleicht hat die 69-Jährige auch längst auf den Tisch gehauen, während des Urlaubs mit ihrem Mann in Südtirol. Danach sah man sie nicht mehr zusammen.